Zweiter Vorlauf! Und hier entflogegangen Lucia, Amaneta, Amantea, Anna Amantea, auch die drei, die beiden Geschwister sind hier auf der ersten, zweiten Position. Und jetzt im Finale wieder Lucia, Amaneta, Anna Amantea, Claudia, bitte. Lucia, Jessica, Manuel Abunos und Saskia Kotz. Diese sechs sind sicher ein Finale, Anna Amantea müssen dann auch noch helfen. Über die Zeit.